Oh, was war das? Wie bin ich hingefahren? Ich bin überrascht, dass du dich noch nicht daran gewöhnt hast. Ich bin mir sicher, dass du jetzt auch wirklich tot wirst. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich bin mir sicher, dass du dich noch nicht anstattest. Ich war ein Krieger in unzähligen Schlachten zum Ruhm unserer Nation, zum Ruhm des aussterbenden Samurai-Geistes. Ich war ein Held. Ich erinnere mich auch. Ich habe viele dieser Siege erlebt. Später musste ich erfahren, meine Siege, sie waren unerwünscht. Sein Verrat entsprang der bloßen Eifersucht. Er wusste genau, ich ertrug fast alles. Ich fürchtete nicht mal meinen eigenen Tod. Strafe ist eine Sache. Das ist grausam. Wer ist so böse, einer anderen Menschenseele diese Schmerz zu wünschen? Wer unter uns könnte so ehrlos sein? Bist du geblendet von deiner Loyalität? Die Befehle, sie stammten vom Kaiser persönlich. Mein Leben, mein Pfad basiert auf einer Lüge. Dieses Reich mag verdorben sein und vom Bösen durchzogen. Aber wir haben die Macht, dies zu ändern. Eine bessere Zukunft ist nur möglich, wenn wir die Vergangenheit hinwegfegen. Keiner von uns wählt die Wege, über die uns Gnade zuteil wird. Doch ich habe Frieden. Ich verstehe, was getan werden muss. Wirst du mein Kaishakonin? Es ist mir eine Ehre. Das war erledigt. Noch einer. Jetzt kommst du, Nikolai. Nein. Wir müssen erst noch was erledigen. Eine Kette von Ereignissen muss in Gang gesetzt werden. Okay, ich gebe es zu. Das habe ich nicht erwartet. Das ist unsere Versicherung. Wenn es uns am Ziel mal nicht gefällt. Ihr müsst mir also auflauern, ihr jämmerlissen Fleischsäcke. Und wieder sorgt meine Malzision für exzellente Ergebnisse. Herr Richter.